hallo und herzlich willkommen leute zu der zweiten episode von minecraft storymode ist jetzt die erste folge und ich würde sagen wir fangen gleich an so wartet mal das problem ist ich habe das hier den anfang jetzt von dieser episode von dieser episode 2 schon aufgenommen gerade eben und dann habe ich erst gemerkt dass der sound gar nicht an ist also der sound von dem spiel war überhaupt nicht da das ist das komische deswegen schauen kann ich jetzt hier ne geht wahrscheinlich nicht naja müssen wir jetzt hier weitermachen ab hier aber da kam eh nichts interessantes das ist so cool die amount of engineering must have taken to do this automated train tracks running all through the nether connecting all the different order members and imagine the scaffolding you need to make all that was probably fighting off zombie pigmen das äh hält die auch nach monstern offen we're in the nether watch out for monsters okay we don't get the order back together the witherstorm is going to eat everything we're gonna get to elagard getter to help us we're gonna save the world i hope you're right we definitely stand a better chance with elagard's ja wir waren ja genau auf der suge nach heidegars oh okay oh damn wir schauen uns schon so gruselig an okay am besten im bogen so wie schwertquellen natürlich super eigentlich wollte ich im bogen dagegen wäre das nicht so geklappt wie ich wollte okay naja okay sie schiebt ein minecart und damit alle okay wenn es so einfach ginge komm schieß doch yes haha und der kleine ruben we're all set to go again hitting the power tracks now time to move buddy let's go i never doubted you for a second but that was incredible so schön ja anstatt dass ruben in ein einzelnes minecart geht geht es mir rein warte liebe redstone okay redstone okay Das ist die kapitale Stadt der Ingenieuren. Unglaublich. Denkst du, Elagard wird uns bereit sein, zu helfen? Kein Risiko eingehen, nicht, dass ich es nochmal aufnehmen muss hier. Ich habe mich hier schon ziemlich angepisst, wegen Mining Island Sachen und so. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Oh, nice. Schön. Das ist doch mal Technik. Mensch. Ich habe schon Zefbling am Werk. Scheißen Latino, okay. Künstlerische Leitung, Mark Hamer, Derek Sakai. Das kann man hier nicht ganz lesen. Chef, sorry, oder? Ja. Lange leh. Ich möchte Sie wissen, wie viel ich value und liebe jeden und jeden von Ihnen. Ihr hartes Arbeit inspiriert mich jeden Tag. Jessie, da ist sie. Ich bin bereit, meine Dome der Konzentration, wo ich nicht zufrieden bin, für die Zukunft zu sein. Aber ich werde erinnern, wenn ich meine latest und größte Kreation mache, der Kommand Block. So, bitte, was sieですか? Das ist einzig cool. Und wer mache. Und was mich am meisten beeinflusst, sie werden mein Protégier sein, bereit zu helfen, eine neue Ere von Innovation und Kreativität zu helfen. Calvin, schau den Wettbewerb! Boah, das ist echt geil, die Ridstonia. Wir müssen da hinbekommen, bevor sie sich komplett inbaut. Tja. Das war wohl nicht so schlau. Calvin, war es? Wir müssen mit Elagard sprechen, es ist urgent. Oh, ich bin Angst, das ist ziemlich unmöglich. Hast du die Gespräche gehört? Sie ist im Lockdown, bis sie ihre nächste große Invention klappt. Aber glücklich für dich, ich bin hier. Wie kann ich dir helfen? Ich meine, ich bin kein Elagard. Aber ich bin so ziemlich cool. Ich dachte, das wäre ein Mann. Nein, ich bin Angst, nicht. Schau, ich kann dir sagen, du bist nicht von hierher. Mit mir. Wer bist du? Warum musst du Elagard sehen? Die Welt steht vor dem Untergang. Das klingt doch... ganz... ganz gut. Wenn du uns nicht mit Elagard sprechen willst. Hm. Du musst sagen, dass das alles ein bisschen ausreichend ist. Jesse, zeig ihm das Amulet. Schau, das ist das Amulet von Gabriel. Das ist wie ich hierher gekommen bin. Das ist wie ich hierher gefunden habe. Das ist wie ich Elagard in der ersten Stelle. Oh mein Gott. Das ist interessant. Wenn du möchtest, könnte ich das zu Elagard senden. Vielleicht würde das deine Mission helfen. Das könnte nicht eine schlechte Idee sein. Okay, sicher. Das wäre großartig. Das ist kein Problem. Den gibt uns hier nicht mehr. Wenn ich nicht falsch bin, sollte das gleich in Elagards privaten Office gehen. Ich könnte falsch sein. Ich könnte falsch sein. Dieses Ort ist ziemlich kompliziert. Bezüglich, ich bin Angst, dass ich viele Dinge zu beobachten habe, als alle deine Fragen zu beantworten. Ich muss gehen. Ich würde lieber diesen Repeater nehmen, um die Stärkontrolle zu beantworten. Wir wollen keine Probleme machen, die eine älterliche Elagard zu beantworten. Ich glaube, wir brauchen einen Repeater. Genau. Wo kriegt man hier im Restaurant ja wohl einen Repeater? Gucken wir mal. Fragen wir uns mal durch die Runde. Hier. Ansehen. Oh, geil. Was ist das für ein Cube Hamster, oder? Dieser Slime-Block-Roboter. Der ist geil. Hey, hey. What's up? What's up? Here to see the best machine that's ever graced Redstonia's Shores. Some people say I lack modesty. Some people just aren't a great eye. And some people are idiots. You got a spare repeater? I mean, yes, I do, but will I share it with you? Hm, no, afraid not. I might need it, so sorry. But why am I telling you all this? I'm trying to become Elagard's protege over here. And you're probably your uncle Hoots with that disco weirdo over there. I'm pretty sure he just enjoys torturing cows. Hey, 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 hey. What do you think you're doing over there, pal? Well, that's one of the key components of my bovine lava disco. Lava disco is okay. Hi. Hey, how's it going? How you doing? Here to see the next great revolution in entertainment? It is pretty amazing. Definitely the sort of creation that Elagard's future protege might make. No? Need a hint of anything? That's mighty groovy of you to offer, but I'm doing just fine, thanks. So long as that dunder head sticks over there. Actually, I was wondering, can you spare a repeater? Oh, sorry friend. Actually, just used my last one on this puppy. One of the key components that helps the cows dance. Yeah, and I love disco is so nice for this. Keep on, keepin' on. Enjoy the dancing camp. Just stay away from that little, uh, schoolboy, alright? He's never had an original idea in his life. I saw you over there talking to him. What lies has he been telling you? What's he saying these days? What little lies is he whispering? A little short wearing jerk. Hey, I'm not gonna get involved here. Well, don't believe a word he tells you. There we also have no repeater. Let's look at Mabel, or how he is. Hello there, I'm... Welcome to Mabel's mighty cowboat! Ach so, he's a woman. Oh man. Make your cows soar through the air with a wide-eyed stare. Cool! Be amazed! Be astounded! Hey, you got any spare repeaters? I can really use one. Oh, sorry friend. Tapped out. What's that sort of now? And what do you have here? You are about to witness the world's first cow-apult machine. I came up with the idea when I lived in a place called Boomtown. But now, I am here and the cows are a-flying! Why are you doing this to cows? Oh, spare me the false compassion. Deep down, in all people, there lurks the overwhelming desire to throw cows. Admit it! No. For sure, for sure. Good bulls. Hmm. Can't help but notice you checking out my cow-apult friend. It's got an easy-to-use lever right there. So feel free to fling a cow or maybe you'd like to try it on your piggy there first? Nemo's. Oh, believe me, he'll love it. I've never known a cow not to like it. Of course not. Pig, you're seriously missing out here. Maybe that guy has something I could use. Okay, he's just here. Maybe that guy has something I could use. My name is Guy, the truck? Or this here, old man. Hi there. What? Look, you're gonna have to speak up there. Oh, I just said hi. Much better. What can I do for you? You want to see my TNT cannon? Can you say something? Speak up now! Can you get us in the dome? I can't hear you. But if it's about getting into Elagard's dome, no can't do. Sorry. Can you have a repeater I could use? Sorry. None of those to spare. Ah, no repeater. What's going on here? Redstoneia, what's going on here? No repeater. How does your machine work? Still a work in progress. But eventually it'll launch people high into the air, so they can see for miles around. Cool. Theoretically. I like you, Sport. Here, have some redstone dust. Dust from a strange man. Cool. We have one more. A bit of a hydrogen. Is that the difference? Do we have another combination, or something? Ah, something must not be right. Achso, ich habe noch einen Verstärker. Was haben wir hier? Können wir das hier verwenden? Puh. Nicht schlecht. Ist da gar kein Wasser drin? Hä? Da ist nicht mehr Wasser drin. Da ist ja gar nichts in die Luft geflogen. Mann. Hey. Have you seen all these inventions? These inventors are all incredible. You should have my own Verstärker. So, crafting a repeater, how do you do that? We need three stone, two redstone torches and one pile of redstone dust to make one. So, Eligard's trying to make a command block in there? I know. I heard that too. I'm actually not sure how I feel about that. I mean, there's no way we miss heard her, right? If she can really make another command block, maybe we could use it. I don't know, Jesse. That sounds pretty risky. You saw what happened when Ivor tried to control a command block. Hmm, now there's no time limit. Schrengung. Ich komme darauf zurück. Ja, wo finden wir denn jetzt hier einen Repeater? Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Hm. So. Das gibt's ja nicht. Hier ist nirgends ein Repeater. Bisschen schade, dass ich hier nicht die Sicht ändern kann. Vielleicht ist es beim Sprung... Springbrunnen Repeater. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay. Ich gehe jetzt da auch nix, oder? Ja, was mei ich denn jetzt? Können wir mal mit dem reden, oder? Sag mal plötzlich, oder? Ich gehe jetzt mal mit dem Disco-Friend von deinem. Was hat er dir gesagt, was hat er dir gesagt, über mich, hm? Er ist einfach nicht glücklich. Er denkt nicht, dass ich mich als Elagard's Protégier sein soll. Welcher werde ich sein. Ich werde das. Versuchen wir es noch mal, oder? Ja. Schade. Ja, ja, halt's morgen. Schauen wir uns den Lava vor an, Alter. Das ist flaschig. Cool, ist das. Ach, ich rede jetzt nicht mehr mit dem. Äh. Oh, okay. Hm, da was Mom when it hits. Hey, wass up? Seems like this place has really blown you away. You're not kidding. This is like everything I've ever dreamed of. I would have thought you'd be up in people's faces, talking about inventions. I want to, but I'm a little worried. I might know Redstone where we come from. But these people are the real deal, Jesse. I mean, I don't even know how they're making some of these things. That's rare for me. You're just as good as them, Olivia. Just be confident. Maybe. But thanks for the vote of confidence. Okay, I'm gonna keep trying to open the dome. I'll see what I can do to help. Hm. Something must not be right. Oh man, you took the repeater. Why does everyone have to make this difficult for me? Oh man, you took the repeater. Why does everyone have to make this difficult? Man platziert doch das fucking Redstone-Dust, Leute, Jungs. Mensch, Jelly, äh, Jones. Wie auch immer der Typ heißt. Oh man. Hm. Das ist jetzt echt blöd. Maybe that guy has something I can use. Na, Leute. Das war's mit dieser... ...ersten Folge von Episode 2. Wenn's gefallen hat, lass gerne hinter mir noch oben da. Und ansonsten. Ja, ne. Ich komm hier wirklich nicht weiter. Das gibt's ja wirklich nicht. Wahnsinn. Naja. Gut. Ich hoffe, in der nächsten Folge kommen wir irgendwie weiter. Noch ein bisschen. Macht's gut, Leute. Haut rein. Und haut rein. Ja. Im Wiederholen bin ich echt der Beste. Okay, ciao. Doch.